und der bayerische Ministerpräsident, Frau Bundeskanzlerin. Ja, meine Damen und Herren, wir haben heute in einer Videokonferenz mit der Präsenz der beiden Ministerpräsidenten beraten. Und diese Beratungen fanden in einer sehr ernsten Lage statt. Uns ist allen bewusst, dass viele Menschen, wahrscheinlich Millionen von Menschen, heute mit großer Erwartung, aber auch mit Sorge auf diese Beratungen geschaut haben. Und bei allem, was wir heute beraten und beschlossen haben, hatten wir natürlich auch immer diese Menschen im Blick. Auf der einen Seite ihre Gesundheit, aber auch ihre Arbeit und ihre wirtschaftliche Situation. Ich will, bevor ich die Beschlüsse im Einzelnen noch erläutere, ein wenig genauer sagen, was die derzeitige Pandemielage so ernst macht. Es geht hier darum, dass das Tempo des Virus und seiner Verbreitung besonders hoch ist. Wir erleben einen exponentiellen Anstieg der Zahlen mit Verdopplungszeiten, die sich weiter verkürzt haben. Heute waren es zum Beispiel doppelt so viele Infektionen, Neuinfektionen wie vor einer Woche. Und so ist es auch bei anderen wichtigen Indikatoren, zum Beispiel bei dem so wichtigen Indikator der auf der Intensivstation behandelten Menschen. Auch hier haben sich die Zahlen in den letzten zehn Tagen verdoppelt. Und verdoppelt hat sich auch die Zahl der Corona-Patienten, die künstlich beatmet werden müssen, und zwar in den letzten neun Tagen. Das zeigt also die Dynamik des Infektionsgeschehens. Und wir können sagen, dass unser Gesundheitssystem heute noch mit dieser Herausforderung fertig wird. Aber wenn es bei diesem Tempo der Infektion bleibt, dann kommen wir binnen Wochen an die Grenzen der Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems. Der Verband der Intensivmediziner zum Beispiel hat uns noch einmal auf die sich zuspitzende Situation hingewiesen. Und deshalb ist vollkommen klar, wir müssen handeln, und zwar jetzt. Und zwar müssen wir handeln, um eine akute nationale Gesundheitsnotlage zu vermeiden. Wir wollen nicht in eine solche nationale Gesundheitsnotlage hineinkommen. Und dafür müssen wir Maßnahmen ergreifen. Das wichtigste Instrument, ich habe darüber sehr oft gesprochen, zur Eindämmung einer Pandemie ist die Nachverfolgung der Kontakte jedes Infizierten. Und genau dieses wichtigste Instrument stellt uns an vielen Stellen nicht mehr zur Verfügung, weil die Gesundheitsämter an die Grenze dessen gekommen sind, was sie nachverfolgen können. Und das bedeutet nichts anderes, als dass Infektionsketten nicht mehr unterbrochen werden können, und dass dann die Kontrolle über die Ausbreitung des Virus verloren geht. Und das muss verändert werden. Wir merken das zum Teil auch schon in verschiedenen Bereichen der Infrastruktur, dass immer mehr Menschen auch infiziert sind. Und wir wissen, das geht dann nicht nur an die Leistungsfähigkeitsgrenze des Gesundheitssystems, sondern auch der gesamten Infrastruktur unseres Landes. Das heißt, die Kurve muss wieder abflachen, und die Zahl der Neuinfektionen muss sich erst stabilisieren und dann weiter sinken, damit wir die Nachverfolgbarkeit, und Sie wissen, dass wir die bei etwa 50 pro 100.000 in sieben Tagen Neuinfizierten angesetzt haben, damit wir die Nachvollziehbarkeit der Kontakte wiederherstellen können. Wir haben im Frühjahr erlebt, dass es uns gelungen ist, diese Abflachung und diese Senkung der Kurve zu schaffen, und zwar vor allem durch die Vernunft und Solidarität der Menschen, durch staatliches Handeln die Kontakte zu reduzieren, aber allem voran durch die Bürgerinnen und Bürger und ihre Vernunft und ihr solidarisches Handeln. Das war der Erfolg des relativen Erfolgs in der Pandemie. Das hat uns Monate im Sommer erlaubt, in denen wir uns freier bewegen konnten, wenngleich das Virus nie weg war. Und wir wissen jetzt, wir müssen die Kontakte wieder reduzieren und damit auch die Gefahr der Ansteckung herunterbringen. Und deshalb brauchen wir jetzt im Monat November, beginnend vom 2. November, noch einmal eine nationale Kraftanstrengung, eine befristete Kraftanstrengung, die wir auf die Zeit des Monats November, also bis zu seinem Ende, terminieren. Wir werden uns nach zwei Wochen des Inkrafttretens als Bund und Länder wieder treffen und uns anschauen, wo wir stehen und gegebenenfalls auch Maßnahmen anpassen. Und all das dient dem Zweck, dann im Dezember wieder natürlich weiter unter Corona-Bedingungen das öffentliche Leben wieder besser gestalten zu können, so etwa, wie wir es heute kennen. Es sind harte Maßnahmen, die wir verabschiedet haben. Es sind belastende Maßnahmen. Es sind Maßnahmen für das gesamte Land. Und wir haben dabei versucht, auch an die politischen Prioritäten zu denken. Und eine dieser politischen Prioritäten war, dass wir natürlich das Wirtschaftsleben so weit wie möglich intakt halten wollen. Und zum Zweiten, das, was wir sehr oft in den vergangenen Monaten gesagt haben, dass wir alles daran setzen wollen, Schulen und Kitas auch offen zu halten, möglicherweise und wünschenswerterweise mit verbesserten Hygienekonzepten. Das bedeutet im Umkehrschluss, wir müssen harte Auflagen machen für die Beschränkung von Kontakten im privaten und im Freizeitbereich. Und genau dazu haben wir heute auch die entsprechenden Beschlüsse gefasst. Ich will noch einmal darauf hinweisen, weil das oft in der Diskussion auch gesagt wird, dass bestimmte Bereiche ja keine Treiber der Infektion seien. Wir sind heute an einem Punkt, wo wir bundesweit im Durchschnitt für 75 Prozent der Infektionen nicht mehr wissen, woher sie kommen. Für 25 Prozent können wir es auflisten. Das heißt, man kann nicht mehr sagen, das konnten wir eine Zeit lang sagen, man kann nicht mehr sagen, dass ein bestimmter Bereich zur Infektion überhaupt nicht beiträgt. Und deshalb haben wir dann in einer Abwägung Maßnahmen der persönlichen Kontaktreduzierung beschlossen. Das bedeutet, der Aufenthalt in der Öffentlichkeit ist sofort nur mit den Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes erlaubt, alles geltend ab 2. November, maximal aber mit zehn Personen, aber immer nur aus zwei Hausständen. Wir sagen, dass auch in Wohnungen sowie privaten Einrichtungen private Feiern oder auch Feiern auf öffentlichen Plätzen inakzeptabel sind. Wir werden hier auch die Kontrollen verstärken. Wir fordern Bürgerinnen und Bürger auf, auf private Reisen und Besuche auch von Verwandten zu verzichten, wenn diese Reisen nicht unbedingt notwendig sind. Das gilt auch für touristische und tagestouristische Ausflüge und Reisen. Übernachtungsangebote im Inland werden nur noch für notwendige und ausdrücklich nicht-touristische Zwecke zur Verfügung gestellt. Wir schränken die Freizeitgestaltung erheblich ein. Theater, Opern, Konzerthäuser und ähnliche Einrichtungen, Messe, Kinos, Freizeitparks sind Beispiele, Schwimmbäder, Spaßbäder, Saunen und Themen. Sie können das dann im Einzelnen natürlich alles noch einmal nachlesen. Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, werden untersagt. Gastronomiebetriebe, Bars, Clubs, Diskutaten, Kneipen und ähnliche Einrichtungen werden geschlossen. Ausgenommen ist die Lieferung und Abholung mitnahmefähiger Speisen und der Betrieb von Kantinen. Dienstleistungsbetriebe werden eingeschränkt. Wir lassen den Groß- und Einzelhandel mit Auflagen zur Hygiene offen. Wie schon über Schulen und Kitas gesprochen, wollen wir auch hier die Öffnung ermöglichen. Wir werden die von den temporären Schließungen erfassten Unternehmen, Betriebe, selbstständigen Vereine und Einrichtungen mit einer außerordentlichen Wirtschaftshilfe unterstützen, der Erstattungsbetrag beträgt bis zu 75 Prozent für Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern. Für größere Unternehmen müssen wir entsprechend der maximal möglichen europarechtlichen Beihilferegelungen unterstützen. Die Minister Scholz und Altmaier werden noch in dieser Woche die Details für diese Hilfsmaßnahmen vornehmen. Wir wollen die mobile Heimarbeit sozusagen dort ermöglichen, wo immer das möglich ist, um auch hier Kontakte zu verhindern. Wir werden uns natürlich insbesondere auch um vulnerable Gruppen in unserer Gesellschaft kümmern. Ich will ausdrücklich sagen, dass wir weiter erreichen wollen, dass Menschen in Senioren- und Altersheimen auch Besuch empfangen können. Wir haben uns diese Maßnahmen sehr gut überlegt. Ich weiß, dass viele sagen, wir machen Hygienekonzepte. Wir haben uns vorbereitet. Das sind wichtige und großartige Anstrengungen, die wir, so ist es vorgesehen, ab Dezember ja auch alle wieder brauchen. Aber in der augenblicklichen Situation entfalten diese Hygienekonzepte nicht mehr ausreichend die Wirkung, die wir brauchen, denn wir müssen aus dem exponentiellen Wachstum raus. Deshalb ist das heute ein schwerer Tag, auch für politische Entscheidungsträger. Ich will das ausdrücklich sagen, weil wir wissen, was wir den Menschen zumuten. Aber wir müssen den Weg finden, wie wir sozusagen Gesundheit sicherstellen können, in eine nationale Gesundheitsnotlage nicht hineingeraten und auf der anderen Seite weitestmöglich auch das wirtschaftliche Leben aufrechterhalten. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass wir nach langen Diskussionen aber jedoch eine Übereinstimmung bekommen haben. Bei sehr unterschiedlichen Inzidenzwerten in den einzelnen Bundesländern machen alle mit. Das ist für mich eine sehr gute Nachricht. Ich weiß, dass ich hier heute sitze als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, aber ich möchte etwas zu Beginn als regierender Bürgermeister sagen. Das ist mir heute sehr schwer gefallen, diesen Beschluss zu tragen. Die letzten Tage, die vorbereitenden Gespräche, die Rücksprachen mit vielen Kolleginnen und Kollegen, die intensiven Sitzungen und Beratungen auch bei uns mit den Senatsmitgliedern, die haben gezeigt, dass das ein schwerer Weg ist, jetzt diese Beschlüsse umzusetzen und dass wir alle miteinander auch wissen, was das bedeutet, was das für Zumutungen und für Einschränkungen für viele Menschen sind, die jetzt auf sie zukommen. Wir haben alle schon wieder ein Stück Normalität auch genossen. Wir sind alle gerne auch wieder in Konzerte oder ins Theater gegangen oder einkaufen gegangen, haben uns gerne mit Freunden getroffen und alles, das war möglich in den letzten Monaten und natürlich war das auch immer verbunden mit der Hoffnung, dass es auf diesem Weg weitergeht. Was wir jetzt sehen und was sich ausdrückt in den Beschlüssen, die die Bundeskanzlerin gerade vorgestellt hat, ist, dass es eben so nicht weitergeht, sondern dass wir wieder an einem Punkt sind, wo wir harte Maßnahmen miteinander verabreden müssen und das ist ein harter und bitterer Tag. Mir geht es so wie allen anderen Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, wir wollen für unser Land das Beste, für unsere Städte das Beste, dass es den Leuten gut geht, dass sie sich wohlfühlen, dass Arbeitsplätze geschaffen werden, dass es vorangeht. Und dafür haben wir in Berlin auch in den letzten Jahren viel getan und auch viel erreicht. Und es ist auch hart zu sehen, dass vieles davon jetzt infrage gestellt ist. Das muss man ganz klar sagen. Und gleichwohl habe ich in den letzten Tagen und auch heute für den Weg, den wir jetzt miteinander beschlossen haben, geworben. Ich habe deswegen dafür geworben, dass trotz aller Bedenken, die man möglicherweise hat und trotz eben dieser bitteren Rückschritte, die ich gerade formuliert habe, doch im Mittelpunkt stehen muss, dass wir Menschen helfen müssen, helfen wollen, dass es schlichtweg um Menschenleben geht, das hier zu retten ist. Wenn wir jetzt zugucken, werden wir vielen Menschen nicht helfen können. Das muss jedem einfach bewusst sein. Ich habe in den letzten Tagen einen intensiven Kontakt gehabt, auch mit der Berliner Charité, die ja auch, glaube ich, bundesweit ist das anerkannt, die Arbeit, die da geleistet wird und die einen guten Überblick hat, wie die Situation nicht nur in der Stadt ist, sondern auch darüber hinaus auch in anderen Bundesländern. Und es ist ein ganz klares Bild, das sich abzeichnet. Die Intensivbetten werden in Berlin jetzt mindestens wieder so stark genutzt, wie zu Beginn der Pandemie, wie im März und April. Und es ist eindeutig eine Entwicklung nach oben zu sehen, eine rasant schnelle Entwicklung. Sie kennen diese Berliner Corona-Ampel mit verschiedenen Warnsystemen, was den R-Faktor anbelangt, die Inzidenz und auch die Auslastung der Intensivbetten. Und wir sind jetzt bei der Auslastung der Intensivbetten über 10 Prozent. Das heißt, wir gehen in diesen Bereich der nächsten Warnmeldung. Und das ist eben nichts Abstraktes mehr, wenn man sich das anguckt, sondern da geht es ganz konkret um Gesundheit und um Menschenleben. Und insofern sage ich, dass es angemessen ist, in dieser Situation noch einmal alle um Solidarität zu bitten und unseren Weg jetzt auch mitzutragen. Solidarität eben auch mit anderen, die gefährdet sind, die schon erkrankt sind, die zu den gefährdeten Gruppen gehören, die erkranken können. Solidarität mit denen, um ihre Gesundheit und die eigene Gesundheit zu schützen. Mir war besonders wichtig, dass wir in unserer Beschlussfassung zwei, drei Dinge berücksichtigen, die aus meiner Sicht auch für unser Zusammenleben von herausragender Bedeutung sind. Das Erste ist, dass Schulen und Kitas offen bleiben. Wir müssen, und ich sage das auch aus meiner Perspektive, wir müssen und werden alles tun, damit Schulen und Kitas offen bleiben. Dazu sind die unterschiedlichsten Maßnahmen gegebenenfalls erforderlich, auch vielleicht ungewöhnliche Maßnahmen und flexible Entscheidungen, die zu treffen sind von der technischen Ausstattung in Schulen, die sich schon verändert hat über flexible Unterrichtsformen, digitale Angebote natürlich, die eine Rolle spielen, Mund-Nasen-Schutz, alles Hygiene- und Abstandsregeln, alles Dinge, die auch in der Schule mit zu berücksichtigen sind. Aber es geht hier nicht nur um einen Bildungsauftrag, der zu erfüllen ist, sondern wir haben auch im März und April und in den Monaten danach, ich glaube nicht nur in Berlin, aber auch in Berlin gesehen, was es für dramatische soziale Folgen hat, wenn die Kinder nicht in die Schule gehen können oder in die Kita. Es hat konkrete Auswirkungen in den Familien. Um es klar zu benennen, es sind Gewaltübergriffe gegen Frauen und Kinder in einer dramatischen Zahl nach oben gegangen. Man muss sich das vor Augen halten, was das also auch anrichtet an sozialen Folgen, wenn wir in diesen Fragen eingreifen müssen. Wenn wir also hier nicht eingreifen wollen aus den genannten Gründen, heißt das ja, dass man in anderen Bereichen umso mehr machen muss. Auch deswegen kommt es in den Bereichen des Sports, der Kulturveranstaltungen, der Gastronomie zu harten Eingriffen, damit wir diesen herausragend wichtigen Teil des sozialen Auftrages auch weiter erfüllen können. Ein zweiter Punkt war mir sehr wichtig. Das war das Unterstützen der Wirtschaft. Auch da wieder, es spielt in Berlin, aber nicht nur in Berlin eine Rolle, wir haben in unserem Land viele Klein- und Kleinstselbstständige, Soloselbstständige, Menschen, die mit ihrer Arbeit und ihrer Kraft sich selbst finanzieren, in irgendeiner Unternehmensform. Das ist wichtig, diese Menschen nicht aus dem Blick zu verlieren. Das sind oft auch die Kulturschaffenden, das sind Künstlerinnen und Künstler, aber nicht nur. Das sind auch Handwerker, Dienstleister und, und, und. Und dass wir gemeinsam sagen konnten, Bund wie Länder, das ist in einer gemeinsamen Kraftanstrengung uns wichtig, denjenigen auch weiter eine Perspektive zu bieten in dieser schwierigen Phase, in der wir sind, das, glaube ich, ist von ganz großer Bedeutung. Und ich denke, dass das auch zwingend erforderlich war, dass wir hier an dieser Stelle diese Signale setzen. Ich will abschließend noch einmal sagen, es sind harte Maßnahmen und harte Einschränkungen, die wir jetzt hier erleben, aber es handelt sich um vier Wochen. Einige werden jetzt sagen, das ist eine verdammt lange Zeit, oder vielleicht sogar, dass es zu lange werden, einige sagen. Ich will es noch einmal in den Zusammenhang stellen. Unsere Hoffnung ist, und das wird auch bestätigt natürlich durch viele Experten, dass wir damit eine Chance haben, wenn wir vier Wochen lang das, was wir jetzt miteinander beschließen, durchhalten, wenn wir das gut, gemeinsam und solidarisch umsetzen, auf allen Ebenen des öffentlichen Lebens, dass wir dann eine Chance haben, diese dramatische Entwicklung, die wir jetzt sehen, auch zu entschärfen, dass wir eine Chance haben, ähnlich wie im Sommer tatsächlich wieder ein Stück Sicherheit auch bieten zu können und gut gemeinsam durch diese Pandemie zu kommen. Insofern noch einmal bei der Abwägung aller Vor- und Nachteile und auch vor dem Hintergrund, dass es mir wirklich auch ganz persönlich nicht leicht gefallen ist, diesen Weg mitzutragen, glaube ich, gibt es sehr gute Argumente, dass wir uns gemeinsam darauf verständigt haben. Herr Ministerpräsident. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, in der Tat ein schwieriger Tag, ein Tag, an den wir uns alle noch lange erinnern werden. Und ein Tag mit schwerwiegenden Abwägungen. Aber in ernsten Zeiten muss man auch ernste und ernsthafte Entscheidungen treffen. Sind wir ganz ehrlich, wir haben das ja schon länger befürchtet und auch prognostiziert. Sind all die Prognosen leider eingetreten, die wir seit Wochen gesagt haben, wir haben auf die Entwicklung der Zahlen hingewiesen, auf die Tatsache, dass sich Unvernunft leider stärker auswirkt und dass die vielen, vielen, die großartig mitmachen, jetzt im Grunde genommen auch ein Stück weit in Mitleidenschaft gezogen werden von denen, die nicht mitgemacht haben und die unvernünftig waren. Wir haben abgewogen. Wir haben uns genau überlegt, welche Auswirkungen hat es, was wir tun. Kann man noch warten? Sollen wir noch hoffen, dass die Zahlen sich vielleicht anders entwickeln? Aber mit erschreckender Präzision haben sich all die Einschätzungen auch der führenden Wissenschaftler Deutschlands bestätigt. Dass heute die großen Forschungsgemeinschaften in Deutschland sich zusammenschließen und gemeinsam eine Erklärung abgeben haben, es ist ernst, ist auch ein Novum und passt genau in die Zeit. Wir haben heute abgewogen. Besser nichts tun oder konsequent und klar entscheiden, und zwar jetzt. Ich finde, man muss das tun, woran man glaubt und von dem man überzeugt ist. Und ich bin davon überzeugt, wie wir alle heute bei der gemeinsamen Entscheidung, dass es besser ist, wenn man weiß, was zu tun ist, es dann zu tun, wenn es am besten und schnellsten geht, als darauf zu warten und später schwierigere Entscheidungen zu treffen. Denn je länger wir warten, desto schwieriger wird es. Die Alternative, nichts zu tun oder weniger zu tun, bedeutet am Ende vielleicht in die Situation zu kommen, dass wir die Entscheidung in den Krankenhäusern zu treffen haben über Leben und Tod. Und das ist aus meiner Sicht die falsche ethische Weichenstellung, wäre es gewesen. Es geht darum, auch in unserem Land Solidarität zu zeigen. Nicht nur, wenn es um die Frage geht, wie viel Freiheit hat der Einzelne, sondern auch, wie viel Schutz bietet unsere Gemeinschaft eigentlich denen, die besonders betroffen sind. Wir sind eine Solidaritätsgesellschaft und kein Ego-Land. Es geht jetzt auch nicht bei den Maßnahmen um Loyalität zum Staat, um Obrigkeitshörigkeit, sondern um ein Gemeinschaftsgefühl, was wir alle für unsere Gemeinschaft schaffen können. Wir haben festgestellt, dass bisher Getane reicht nicht. Wir müssen mehr tun. Die Zahlen sind so hoch, dass wir uns auch entscheiden müssen, dass wir in die Breite gehen, um Kontakte zu reduzieren. Letztlich ist das das entscheidende Motto. Kontakte reduzieren, Kontakte reduzieren, Kontakte reduzieren. Und zwar breitflächig. Dreiviertel der Kontakte sollen runter. Wenn man das zum Anspruch nimmt, dann muss man breitflächig auftreten. Und deswegen ist es auch in der Tat so, dass ich das ausdrücklich sagen muss, es haben sich so viele Leute so Mühe gegeben in der Kultur, in der Gastronomie, haben so akribisch genaue Hygienekonzepte verfolgt. Da auch nochmal Dankeschön. Die will auch keiner vor den Kopf stoßen. Genau all die Bereiche, die sich so unglaublich viel Mühe gegeben haben. Aber Fakt ist, wir sind auf einem Level erreicht, wo wir nicht mehr genau nachvollziehen können, nicht nur wer infiziert ist, sondern wo Infektionen stattfinden und wo sie auch verbreitert werden. Und deswegen müssen wir hier den großen Ansatz wählen, um zu reagieren. Dieser Ansatz gilt jetzt für vier Wochen. Für den November. Für vier Wochen. Das ist genau eine Zeit, in der wir glauben und hoffen, dass es wirkt. Das ist eine bittere Pille. Aber wie jede Therapie, wie das Medikament, sind wir überzeugt und hoffen sehr, dass es auch eine entsprechende Wirkung hat. Es scheint kurzfristig hart, ist aber langfristig milder, als die Alternativen nichts zu tun und dann eine Endlosschleife uns mit dem Thema zu beschäftigen und das ganze Land leiden zu lassen. Übrigens geht es da nicht nur um die Gesundheitssituation, sondern auch um die Wirtschaft. Je später wir entscheiden, desto schwieriger wird es auch für die gesamte Wirtschaft werden. Was ich heute sehr stark fand, das muss ich wirklich sagen, war, wir hatten jetzt ja schon viele MPKs, wir haben uns ja schon gewöhnt an die Zusammensetzung und wir hatten häufig sehr kleinteilige Diskussionen. Ich fand, das war heute ein in dieser schweren Zeit ermunterndes Signal, die Entschlossenheit von allen zu spüren. Müller, ich sage das auch in der guten Zusammenarbeit heute, glaube ich, wir haben auch gestern schon telefoniert gehabt, bei allen Kolleginnen und Kollegen, auch, dass viele bereit sind, die jetzt vielleicht noch nicht so hohe Inzidenzzahlen haben, sondern wir machen das mit und nehmen Einschränkungen in Kauf. Wir wissen, was wir zum Beispiel auch unseren Parlamentariern zumuten, unseren Regierungskoalitionen, indem wir quasi in diesem Gremium entscheiden, das ja zunächst mal nicht sehr demokratisch legitimiert scheint. Deswegen ist da wichtig, dass wir morgen in die Kabinette gehen, in die Landtage gehen. Ich werde es bei mir am Freitag tun und auch noch einmal die Zustimmung auch erbitten, auch von der breiten parlamentarischen Beteiligung, um das Ganze zu machen. Wir machen nicht einfach eine Entscheidung über die Köpfe der Menschen hinweg. Wir versuchen tatsächlich mitzunehmen, und zwar mit einer Priorität, wie angesprochen, für Wirtschaft, Schule und Kita. Schule ist auch uns ganz entscheidend und wichtig. Wir dürfen nicht zulassen, dass möglicherweise weiße Corona-Jahrgänge entstehen mit Kindern, mit Schülern, die eine schlechtere Ausbildung haben. Darum wird wichtig sein, Schule so lange wie möglich offen. Und wenn mal aufgrund der Infektionszahl eine Schule geschlossen wird, dann gilt auch der Grundsatz, je kleiner die Kinder, desto später muss eine Schule schließen und je eher muss sie auch wieder geöffnet haben. Und mir ist auch ganz wichtig, dass unsere Schulbürokratie so flexibel wie möglich reagiert, um auch auf diese Situation angepasst, was Lehrpläne, Prüfungen betrifft, nicht aufgrund der Kürze der Zeit, Kindern Druck zu machen. Sie haben schon ohnehin genügend Druck durch die Umstände, die außenrum sind. Also, es ist jetzt eine nicht einfache Zeit. Wir verordnen eine Vier-Wochen-Therapie, wenn man das sagen kann. Wir hoffen, dass die Dosis richtig ist, dass es erfolgreich ist. Wir bitten auch herzlich, diese Vier-Wochen gemeinschaftlich durchzustehen. Wir evaluieren in zwei Wochen. Aber wie bei jeder Therapie, nicht zu früh abbrechen. Sie muss wirken. Wir dürfen nicht den Fehler machen, den wir anderswo öfters erlebt haben, zu früh wieder in den anderen Rhythmus zu verfallen. Ein letzter Punkt. Wir wollen ja keine Angst verbreiten, keine Panik machen, keine Endzeitstimmung machen. Aber bei aller Schwermut, die der Einladung empfindet, will ich nur sagen, es ist ja auch ein Optimismus darin. Wenn wir das jetzt gemeinschaftlich gut bewerkstelligen, dann haben wir eine gute Basis, um über den Winter zu kommen. Das ist keine Dauerschleife, ein Monat Lockdown, der übrigens ein milderer ist als der erste, und dann wieder, und dann noch einmal und zurück. Es kommen Impfstoffe, es sind im Gespräch, die bald kommen können. Also es gibt auch Anlass zu Optimismus. Aber wir müssen aus der jetzigen Entwicklung die Dynamik nehmen, wir müssen die Kurve abflachen, und dann müssen wir versuchen, das Ganze anzugehen. Und die Mehrzahl der Bevölkerung, glaube ich, spürt es schon seit längerer Zeit, dass heute ein solcher Tag notwendig ist und solche Entscheidungen. Und ich denke, wenn wir das gemeinschaftlich schaffen und diese Bewährungsprobe bestehen, dann dürfen wir hinterher das auch gemeinschaftlich darauf stolz sein. Deutschland hatte einmal Glück, dass wir später dran waren und dann rechtzeitig entschlossen reagiert haben. Wir sind wieder später dran. Wir sollten die Gunst der Stunde auch erneut nutzen, entschlossen zu handeln. Und das war heute, finde ich, ein starker Tag für die Politik, auch wenn es ein schwerer Tag, ein ganz schwerer Tag und schwere Wochen für die Bevölkerung ist. Aber meiner Überzeugung nach ist, na, wir bekommen das hin und wir werden Corona erneut trotzen. Wir werden, davon bin ich fest überzeugt, Corona überstehen. Es gibt auch ein Morgen. Und wenn wir das gemeinschaftlich schaffen können, dann haben wir für unser Land und für die vielen Menschen in unserem Land einen wichtigen Dienst getan. Die erste Frage von Jörg Blank, dpa, bitte. Frau Bundeskanzlerin, es hat ja in der Vergangenheit oft sich gezeigt, dass gerade Gottesdienste zu Ausgangspunkten von Infektionsketten geworden sind. Warum ist in dem Text nichts zu lesen, wie mit Gottesdiensten umgegangen wird? Gab es da einen speziellen Grund? Könnten Sie den bitte erläutern? Dankeschön. Wir haben zu den Gottesdiensten jetzt keine Verschärfungen gemacht, weisen aber sehr darauf hin, dass unbedingt die Hygieneregeln eingehalten werden müssen. Wir haben ja nicht alle Fälle benannt, in denen das, was heute gilt, auch weiter gilt. Man hätte es ja auch verbieten können. Genau, das haben wir nicht getan. Gibt es einen Grund? So wie wir versucht haben, zum Beispiel alle Geschäfte offen zu lassen, erschien es uns nicht angemessen und vergleichbar, Gottesdienste zu verbieten. Wenn ich sagen darf, es gibt einen Hauptgrund, warum immer Gottesdienste und auch Versammlungen und Demonstrationen anders behandelt werden müssen. Es hat einen verfassungsrechtlichen Grund. Religionsfreiheit, Versammlungsfreiheit sind hochgeschützte Güter in unserer Verfassung. Deswegen gilt an der Stelle immer auch die besondere Sensibilität gegenüber diesen Freiheiten. Wir sind ja nicht in der Situation des März. Das muss man sehen. Wir haben die Schulen offen, die Kitas offen, alle Läden offen. Und da wäre es, glaube ich, nicht vertretbar gewesen, dann bei Gottesdienst was zu machen. Niko Fried von der Süddeutschen. Frau Bundeskanzlerin, zumindest im Entwurf des Textes steht gleich im ersten Satz, trotz der Maßnahmen, die Bund und Länder vor zwei Wochen vereinbart haben, steigt die Zahl der Infektionen in starker Dynamik. Heißt das, dass das Land und die Bürgerinnen und Bürger jetzt den Preis dafür bezahlen, dass die Ministerpräsidenten und sie sich vor zwei Wochen nicht auf richtig weitgehende Maßnahmen einigen konnten? Ist es jetzt härter, als es gewesen wäre, wenn man damals weitergegangen wäre? Und eine zweite Frage. Sie sprachen von diesem Dunkelfeld von 75 Prozent. Glauben Sie, dass es als Begründung gegenüber gerade Gastronomen und Beherbergungsbetrieben und so weiter ausreicht, dass man sagt, wir wissen zwar nicht, dass ihr Treiber seid, aber die Statistik ist so vage, dass man das eben auch nicht ausschließen kann? Zum Zweiten habe ich, will ich gleich zu Beginn antworten. Es ist in der Tat so, dass wir, als wir eine geringe Infektionszahl hatten, sehr gut zuordnen konnten, wo hat man sich infiziert. Inzwischen ist das Virus so weit verbreitet, dass wir davon ausgehen müssen, dass es in allen möglichen Kontakten, insbesondere auch dort, wo man sich dann gegenüber sitzt am Tisch und beim Essen ja nun die Maske erkennbar nicht tragen kann, dass es dort zu Infektionen kommen kann. Und es kann eben überall dazu kommen. Und es ist ja jetzt sehr oft gesagt worden, man könnte nicht nachweisen, dass die Gaststätten der Treiber sind. Man kann aber bei 75 Prozent der Fälle sowieso nicht nachweisen, was die Treiber sind. Und wir müssen auch noch mal anders an die Sache vielleicht herangehen. Herr Müller hat das gesagt und auch Markus Söder. Die Experten haben uns gesagt, wir müssen etwa 75 Prozent der Kontakte reduzieren. Das ist sehr viel. Und wenn wir dem näher kommen wollen, dann müssen es irgendwo Kontakte sein. Da haben wir die Kontakte eingeschränkt im privaten Umfeld. Da sind wir insbesondere auf die Bürgerinnen und Bürger angewiesen. Und dann haben wir gesagt, wo können wir noch Kontakte einschränken. Und da sind wir sehr stark in den Freizeitbereich gegangen und in den Reisebereich, weil wir eben die politische Priorität haben wollten, Kitas und Schulen offen zu halten. Und deshalb ist es also, selbst wenn es in mehr Fällen nachgewiesen werden könnte, wo die Infektionen entstehen, müssen wir in irgendwelchen Bereichen Kontakte reduzieren. Und wenn wir noch länger warten, müssen wir noch mehr Kontakte reduzieren. Deshalb ist die Auswahl sehr bewusst getroffen worden, wissend, dass das Härten mit sich bringt und wissend, dass dort viele Hygienekonzepte entwickelt wurden, sowohl im Bereich der Kultur als auch im Bereich der Gastronomie. und dass sich auch viele Menschen sehr verantwortlich verhalten haben. Aber in der Abwägung, wie kommen wir mit der Zahl der Kontakte runter, ohne das Wirtschaftsleben, das Schul- und Kita-Leben zu gefährden, haben wir uns so entschieden. Und wir glauben, dass das auch verhältnismäßig und politisch wirklich vertretbar ist. Die Frage, die Sie als erstes gestellt haben, was bedeutet das, dass wir vor zwei Wochen nicht entschieden haben? Rein theoretisch ist es richtig, dass wir dann hätten weniger Maßnahmen oder weniger lange Maßnahmen machen müssen. Auf der anderen Seite brauchen wir für alles auch eine politische Akzeptanz. Und die Situation ist einfach so, dass diese politische Akzeptanz vor zwei Wochen nicht so da war. Selbst wenn man theoretisch ausrechnen konnte, was wird das bedeuten, wenn es so ist, hat man die politische Bereitschaft dazu nicht herstellen können. Und das liegt nicht nur an den Ministerpräsidenten. Sie sehen, was jetzt auch an Protesten und an Unverständnis da ist. Viele sagen, warum ich und wie bin ich betroffen. Das wird uns noch sehr beschäftigen. Auch gegenüber Gerichten muss man sozusagen evident nachweisen müssen, dass Handlungsnotwendigkeit besteht. Und deshalb glaube ich, haben wir jetzt den Punkt getroffen, an dem sozusagen noch ein Stück Spielraum ist. Oder ich hoffe, wir haben ihn getroffen. Aber auf der anderen Seite auch das Verständnis wächst bei den Menschen, dass etwas getan werden muss. Und das ist Politik. Das unterscheidet auch Politik von Wissenschaft. Wenn man jetzt sozusagen Ende August gesagt hat, guckt mal, hier habt ihr die ersten Anzeichen eines exponentiellen Wachstums. Jetzt machen wir mal eine Weile alles, reduzieren wir die Kontakte. Ich glaube nicht, dass wir dafür eine Bereitschaft bekommen haben. Wir sind aber auf die Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger angewiesen. Und gleichzeitig sind wir verpflichtet, noch so rechtzeitig zu handeln, dass der Notstand nicht schon da ist. Und da muss ich sagen, auch gerade alle die, die als Experten darüber sprechen, wir sollen nicht nur die Infektionszahlen im Blick haben. Gerade die sind ja diejenigen, die sagen, guck doch auf die Intensivbetten. Wenn ich jetzt mal auf die Belegung der Intensivbetten schaue, wenn ich sehe, dass sich das alle zehn Tage verdoppelt und weiß, ich habe noch drei Zyklen, in denen ich handeln kann, dann bin ich jetzt verpflichtet. Denn wenn die Betten einmal voll sind, dann kommen immer noch Infizierte danach, weil die Belegung der Intensivbetten erst 14 Tage oder 20 Tage, also jedenfalls eine Vielzahl von Tagen später erfolgt. Und so sind wir, glaube ich, jetzt in einem Punkt, wo einerseits sichtbar ist, wir müssen handeln, wir sind verpflichtet, und andererseits, wo wir aber auch eine Chance haben, Menschen mitzunehmen und zu sagen, ja, okay, das sehen wir jetzt auch, dass sich das in die ungünstige Richtung entwickelt hat. Christina Dunst, Rheinische Post. Frau Bundeskanzlerin, wie schnell können die Schnelltests für Altenheime kommen, wo sich ja durch Isolation und Quarantäne Traumatisierung der Bewohner auch schon zeigen? Was ist eigentlich mit Bus und Bahnen, die ja voll sind, wo die Menschen eng stehen? Da habe ich noch eine Frage an Herrn Müller. Wie passt in diesen bitteren Tag der Landesparteitag der SPD am Samstag? Und Herr Söder, macht es Ihnen Sorge, dass die CDU führungslos in das Superwahljahr 21 geht und mit Ihnen dann die Kanzlerkandidatur besprechen muss? Also die Schnelltests stehen zur Verfügung. Sie sind als Medizinprodukte zugelassen. Der Bundesgesundheitsminister hat eine Testverordnung unterschrieben, die im Bundesanzeiger veröffentlicht ist, bereits vor zehn, zwölf Tagen. Und diese Testverordnung weist die Übernahme der Kosten für diese Antigen-Schnelltests für Bewohner von Pflegeheimen, für Pflegekräfte und in Krankenhäusern und Altenheimen zu. Das heißt, bis zu einer bestimmten Menge, ich glaube, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, also bis zu einer bestimmten Menge hat jeder den Anspruch, das auch in der Kasse erstattet zu bekommen und die stehen den Heimen zur Verfügung. Ich habe ja gestern einen Pflegegipfel gemacht. Da muss ich allerdings sagen, dass man auch sehen muss, dass müsste durch medizinisches Fachpersonal gemacht werden. Das heißt, die Abnahme eines solchen Testes dauert sicherlich zehn Minuten bis eine Viertelstunde. Also es ist schon eine zusätzliche Belastung auch für das medizinische Fachpersonal in den Heimen. Aber es verbessert die Möglichkeiten natürlich erheblich, weil die Antigen-Schnelltests ja nicht ganz so aussagekräftig sind wie die PCR-Tests. Aber für den Moment des Besuchs sind sie eben sehr aussagekräftig und damit haben wir ein Mittel in der Hand, wie wir ja an vielen Stellen sowieso etwas mehr Mittel in der Hand haben, auch wenn wir noch keinen Impfstoff haben und noch kein durchschlagendes Medikament. Ja, Bus und Bahn. Wir haben vor allen Dingen appelliert an die Länder auch im Schuhbusverkehr nochmal eine Verbesserung zu erzeugen und wir glauben und das ist ja genau der Punkt auch von der Schließung von Kultureinrichtungen und von Gaststätten und Restaurants. Wir glauben, dass sich einfach die Dichte der Benutzung des öffentlichen Personennahverkehrs oder des Fernverkehrs verändert, wenn ich keine touristischen Reisen erlaube, wenn ich keine Besucher- und Tagesausflüge erlaube, wenn ich Heimarbeit mache, wo immer das möglich ist, wenn ich eben nicht ins Theater fahre, wenn ich eben nicht in die Gaststätten fahre. Das sind ja alles genau solche Dinge, weil wir dadurch Kontakte vermeiden. Wir gehen also davon aus, dass sich die Intensität auch im öffentlichen Personennahverkehr niederschlagen wird. Zu den Schnelltests möchte ich kurz hinzufügen, dass die jetzt in diesen Tagen ja in den Ländern ankommen und ich möchte noch mal unterstreichen, was die Bundeskanzlerin gerade gesagt hat. Es entsteht so ein Eindruck, na jeder kann ja mal schnell den Schnelltest machen zwischen Tür und Angel und dann weiß man ja, wo man steht. Das ist schon etwas, was auch gekonnt werden muss. Mit dem Test muss man umgehen können, der ist sehr sensibel zu behandeln und er ist ein Baustein, ein Baustein, um ein Stück mehr Sicherheit zu gewinnen. Wie ist gerade die Situation vor Ort oder bei dem Getesteten? Aber er setzt nicht alle anderen Maßnahmen. Also insofern freuen wir uns darüber, dass die jetzt zur Verfügung stehen. Wir werden sie auch entsprechend einsetzen in den Pflegeheimen, natürlich vor allen Dingen Krankenhäusern, Polizei, Feuerwehr. In diesen Bereichen kommt er schnellstmöglich zum Einsatz. Zu Ihrer eigentlichen Frage in Richtung Berlin. Die Politik und die Parlamente haben auch einen Auftrag und wir müssen auch tagen können und wir müssen Entscheidungen treffen können. Die Parlamente tagen mit mehreren hundert Mitgliedern zum Teil und wir haben Wahlvorbereitungen auch zu organisieren. Bundes- und Landtagswahlen stehen an und dafür muss es auch in einem geordneten Verfahren die entsprechenden Entscheidungen geben, die entsprechenden Grundlagen dann auch für die Wählerinnen und Wähler geschaffen werden. Aber natürlich in Anbetracht der Beschlusslage heute werden wir auch noch mal kritisch mit unserem Landesparteitag umgehen. Ich werde noch heute Abend oder morgen zu einer Telefonkonferenz mit dem Landesvorstand einladen und wir werden darüber beraten, ob und wie der Parteitag stattfinden kann. Gegebenenfalls gibt es ja auch die Möglichkeit, den Parteitag in einer digitalen Form anzubieten, um zur Entscheidung zu kommen. Das muss ich jetzt allerdings auch mit dem Landesvorstand besprechen. Es gab ja vor heute oder jetzt vor diesen Stunden, die wir hier gebraucht haben, ja für die Beschlussfassung auch noch keine Rücksprachemöglichkeit. Zu Ihrer Frage, Sie verzeihen mir nicht, dass ich das so sage, heute war nicht der Tag, wo wir uns mit Parteifragen beschäftigen. Heute sind so viele Menschen besorgt, schauen auf diesen Tag, wie wir zu entscheiden haben. Heute gibt es so viele Nachfragen zu Schicksalen, zu Existenzen, dass wir uns jetzt im Moment auch, glaube ich, weniger um einzelne Parteifragen kümmern. Da bitte ich um Verständnis. Aber eines darf ich Ihnen auf jeden Fall sagen, Deutschland jedenfalls war heute und ist nicht führungslos. Und das ist im Moment das Entscheidende. Jenny Hilscher, ZDF, vielleicht mit reduzierter Zahl der Fragen pro Journalist. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben die Zeitdauer jetzt benannt, den November, die wir diese Maßnahmen alle miteinander machen sollen. Was mir noch nicht klar ist, wenn Sie sich in vier Wochen wieder treffen oder auch in zwei Wochen beraten, was ist das Ziel? Was soll geschafft sein? Ist es, die 50er-Inzidenz in ganz Deutschland erreicht zu haben? Machen wir das fest an der Zahl der Intensivbetten, an der Zahl der Infektionszahlen, am R-Wert? Mir ist einfach sozusagen die faktische Inzidenz noch nicht klar. Und auch wenn Herr Seibert sagt, noch eine Frage, hätte ich auch noch eine zweite Bitte. Hier sind jetzt Fragen möglich. Sie kommunizieren auch über die Regierungserklärung, auch über den Podcast. und es gibt auch andere Möglichkeiten. Warum erwägen Sie nicht, Sie haben das Amt und Sie haben auch die Umfragewerte, sage ich mal, noch mehr Bürgerformate, um auch den Bürgern persönlich, ob per Video oder analog, die Fragen, die Sie haben, und die sind ja viele, auch weiter zu erklären. Danke. Ja, ich glaube, dass ich verschiedene Formate unter Corona-Bedingungen genutzt habe. Dazu können auch andere Formate kommen. In den letzten Tagen war auch sehr viel Arbeit zu leisten, damit wir erst mal zu solchen Beschlussfassungen kommen. Also alles hat seine Zeit, würde ich sagen. Und was wollen wir erreichen? Das haben wir ganz klar gesagt. Wir wollen die Kontakte wieder nachverfolgbar machen. Wir werden die Zeit nutzen, auch noch mal die Gesundheitsämter aufzustocken. Die Bundeswehr hat noch Potenzial. Wir gucken nach Beamten aus dem Bundesdienst, die vielleicht zur Verfügung gestellt werden können. Die Länder werden das Gleiche tun. Wir müssen also die Nachverfolgung wieder garantieren. Und wir wissen, das muss dann um die 50 pro 100.000 in sieben Tagen liegen. Das kann ich jetzt nicht für jeden einzelnen Ort genau sagen. Aber so, wo wir jetzt im Augenblick sind, in diesem sehr stark ansteigenden Kurvenverlauf für ganz Deutschland und man sieht ja auch, wie selbst Länder mit einer niedrigen Inzidenz Tag für Tag höher steigen, so darf es nicht weitergehen. Also dieser Trend muss gebrochen werden. Das ist wie so eine Welle, der wir uns entgegenstemmen müssen. Und unser Punkt ist, wir müssen die Kontakte nachverfolgen können, denn wenn wir das nicht können, dann haben wir eine unkontrollierte Ausbreitung des Virus und dann kommen verschiedene Punkte, an denen wir nicht mehr hinterherkommen. Dann werden die Testkapazitäten knapp, dann kann man überhaupt nicht mehr ausreichend testen, dann werden die Medikamente knapp. Wir haben nicht von allen Medikamenten beliebig viele Substanzen. Remdesivir zum Beispiel ist auf der ganzen Welt gefragt. Die Herstellung ist relativ kompliziert. Dann kommen die Intensivbetten, also dann kommt wirklich der gesamte gesundheitliche Bereich. Rina Lehmann Neu, Osnabrücker. Ich habe noch eine Frage. Sie haben ja de facto ein bundesweites Beherbergungsverbot jetzt hiermit heute ausgesprochen. Was macht Sie sicher, dass das verhältnismäßig ist und nicht, wie die Beherbergungsverbote zuletzt in den Ländern von den Gerichten gekippt wird? Und noch eine andere Frage. Gelten diese Beschlüsse jetzt bundesweit oder müssen wir in den nächsten Tagen wieder damit rechnen, dass es völlig unterschiedliche Interpretationen dieser Beschlüsse in den Bundesländern gibt? Nein, die Beschlüsse gelten bundesweit. Deshalb gab es ja dieses Einverständnis. Es gibt das Bundesland Thüringen wird das Parlament noch befassen. Das ist ausdrücklich noch einmal zu Protokoll erklärt. Alle müssen es durch Allgemeinverordnungen umsetzen. Da kann man auch nicht... Die Regierung müssen Tagen noch. Genau. Aber so, wie es hier steht, gilt es bundesweit. Und es ist natürlich schon ein großer Unterschied zu dem Beherbergungsverbot, weil das Beherbergungsverbot hat ja eine Möglichkeit der touristischen Reise ermöglicht, wenn ich einen Test hatte und den vorzeigen konnte. Jetzt werden touristische Reisen generell unterbunden und sind nicht mehr möglich. Das ist schon ein großer Unterschied. Herr Söder ist schon darauf eingegangen. Wir hatten in den letzten Tagen wirklich einen sehr intensiven Austausch zwischen allen Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit und ohne Kanzleramt. Wir haben diverse Papiere ausgetauscht, Formulierungen hin und her gewogen. Und jetzt in dieser Konferenz, die wir hatten, waren wir uns alle einig, der besondere Wert dieser Maßnahmen liegt auch darin, und dass wir sie gemeinsam tragen und dass wir sie gemeinsam schnell umsetzen. Es stimmt, dass jeder Tag zählt. Und dieser Verantwortung ist sich jeder bewusst. Und wir haben alle noch in unseren Länderparlamenten und Landesregierungen etwas zu erklären. Ich werde mit meinem Senat auch noch die ein oder andere Diskussion führen müssen. Aber alle Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten haben gesagt, dass sie voll dahinterstehen, dafür werben und diesen Beschluss gemeinsam bundesweit umsetzen wollen. Ich habe noch zwei Fragen auf der Liste, die nehmen wir noch dran. Bitte mit je einer Frage, Herr Strempfle, ARD. Vielen Dank. Die erste Frage an Herrn Söde und an Herrn Müller. Wie viel Vorlaufzeit brauchen Sie, bis Sie die Gelder zum Beispiel an Restaurants wirklich auszahlen können, die jetzt geplant sind? Geht es schnell oder wird es da in den Ländern ein paar Tage brauchen, was ja im Zweifel schlimm sein kann für die betroffenen Restaurants zum Beispiel? Und die Frage an die Bundeskanzlerin. Keine Freizeit, keine Restaurants, das heißt ja auch, dass der Handel dann leidet, so war es ja quasi auch im Frühjahr, wird dem Handel dann auch nochmal extra geholfen? Was das Verfahren anbelangt, ja, es wird schon ein paar Tage dauern. Das stimmt, aber es war uns auch sehr wichtig und das ist sowohl von Herrn Altmaier wie von Herrn Scholz auch betont worden, wir werden an bestehende Systeme und Antragsverfahren und Auszahlungsmodi anknüpfen. Es wird nicht eine neue Bürokratie aufgebaut für die zusätzlichen Hilfsmaßnahmen, die der Bund jetzt zur Verfügung stellt, sondern wir werden Verfahren, Verfahren, die wir haben, die wir kennen, die bekannt sind, werden wir nutzen und werden sie erweitern durch das, was wir heute beschlossen haben. Insofern glaube ich, ist sichergestellt, dass wir schnellstmöglich auch unterstützen können. Also eins will ich natürlich sagen, das Programm, das jetzt der Bund anbietet, mit bis zu 10 Milliarden Euro, ist ein wirklich einmalig gutes Angebot, das muss man jetzt mal sagen. Das bedeutet, dass bis zu 75 Prozent des Umsatzes vom letzten Jahr, vom Oktober 2019, Entschuldigung, vom November 2019, das wird sozusagen 75 Prozent des Umsatzes bekommt man. Und zwar mit einem sehr einfachen Nachweis. Wenn man sich jetzt mal überlegt, der dürfte dieser Umsatz des letzten Jahres deutlich über dem liegen, was jeder im Oktober hatte, und keiner darf Sie auch täuschen, wenn wir jetzt sagen würden, wir lassen die Gastronomie irgendwie offen, was ja viele sich wünschen, die Zahlen gehen auch in den letzten Tagen auch deutlich zurück, weil viele Leute immer mehr besorgt sind. Es gibt auch weniger Leute, die in die Gastronomie gehen. Es ist ja auch nicht so, dass die Theater überrannt werden. Bei hohen, steigenden Zahlen halten sich die Menschen unabhängig von der Verordnung des Staates automatisch zurück. Das heißt, dieses Programm, das es jetzt gibt und das der Bund auslobt, das ich außerhalb nicht großzügig finde, ist für einen Monat zehn Milliarden zur Verfügung zu stellen. Das hat es selten in der jüngeren deutschen Wirtschaftsgeschichte gegeben. Das gilt nicht nur für Unternehmen, das gilt auch für Einrichtungen, das gilt für Theater beispielsweise und ist auch komplett für Solo-Selbstständige gemacht. Das heißt, das deckt jetzt tatsächlich ein ganz breites Spektrum ab von denen, die jetzt in der Tat durch diese Maßnahmen hart getroffen sind. Und wenn man noch mal überlegt, vier Wochen jetzt zu schwierig, aber diesen Ersatz zu bekommen, ist glaube ich, also in der Relation schon ein sehr vertretbares und vernünftiges Angebot. Und der Unterschied zum Frühjahr übrigens, im Frühjahr war der Einzelhandel ja weitgehend zu. Das muss man ausdrücklich sagen, da war der Einzelhandel zu. Und deswegen der Einzelhandel bleibt, der Großhandel bleibt übrigens auch. Auch keine Bänder stehen irgendwo still. Das heißt, wir haben auch darauf geachtet, beispielsweise in dem Beschluss, dass medizinische Dienstleistungen weitergemacht werden können. Alles, was vor einem Halbmier anders war. Insofern ist das schon ein differenzierter Lockdown, nicht der Vergleichsweise, mit einem ganz anderen Wirtschaftshilfsangebot, und zwar auch konzentriert auf die vier Wochen. Deswegen glaube ich, dass das auch ein Angebot ist, das heute auch all denjenigen, die wirklich auch Schmerzen haben beim Thema Gastronomie, zumindest eine finanzielle Brücke baut. Genau. Und wir gehen auf die Unternehmen, Betriebe, Selbstständige, Vereine und Einrichtungen ein, die von den temporären Schließungen erfasst sind. Das ist der Groß- und Einzelhandel nicht. Insofern konzentrieren sich die Hilfen auf die Bereiche, wo die temporären Schließungen da sind. Da mag es auch manchmal mittelbare Betroffene geben. Das wird mit eingerechnet. Darüber haben wir heute lange diskutiert. Aber im Grundsatz ist der Handel ja offen und kann genutzt werden. Die letzte Frage, Andreas Rinke Reuters. Eine Frage an die Bundeskanzlerin. Sie reden ja morgen auch mit den europäischen Staats- und Regierungschefs. Nachdem jetzt heute sehr deutliche Entscheidung getroffen wurde, wäre es nicht auch Zeit, auf europäischer Ebene nicht nur über die Corona-Lage zu reden, sondern auch Beschlüsse zu fassen, vor allem was die Grenzgebiete angeht. Denn man hat ja gesehen, dass dort die Infektionszahlen besonders hoch sind. Ja, wir haben ja ganz klar geregelt, dass Reisen in Risikogebiete nicht möglich sind, wenn man nicht auch da eine Testung bringt. Und deshalb werden wir das natürlich verstärkt überwachen. Also diese Regelungen bleiben ja weiter erhalten. Da gibt es ja Regelungen für touristische Reisen. Und deshalb haben wir in dem Punkt 14 oder 15 ist das, glaube ich, dann auch gesagt, dass das stärker kontrolliert werden wird durch die Bundespolizei in Absprache mit den Bundesländern und in Form zum Beispiel der Schleierfahndung. Also hier wird man in den Grenzgebieten auch besser noch aufpassen. Viele europäische Länder haben ja selber auch Maßnahmen schon eingeführt oder verstärken sie gerade. Deutschland ist ja jetzt nicht das einzige Land, was so stark betroffen ist vom Virus. Für Pendler, wir wollen aber keine Grenzkontrollen über die Grenzkontrollen, die zwischen Bayern und Österreich hinaus bestehen. Darüber hinaus wollen wir keine Grenzkontrollen einführen, aber eben erhöhte Wachsamkeit durch Schleierfahndung. Damit beschließen wir diese Pressekonferenz, danken Ihnen herzlich, einen schönen Abend. So weit also die neuen Maßnahmen beschlossen von Bundesregierung und dem MinisterpräsidentInnen der Bundesländer. Bei mir sind weiterhin meine Kollegin Nicole Diekmann im Hauptstadtstudio Berlin und mein Kollege Felix Zimmermann aus der Redaktion Recht und Justiz, der gleich weg muss. Deswegen die erste Frage mal an Felix. Das sind ja jetzt wieder sehr pauschale Regelungen. Ist das juristisch haltbar, dass man einfach mal dann wieder so ein ganzes Land in so einen Stillstand, kann man nicht sagen, aber in so eine halbe Vollbremsung schickt? Ja, pauschal ist es vor allem deswegen, weil ja jetzt gar nicht geschaut wird, wo ist eigentlich die Corona-Inzidenz von 50 überschritten, sondern es ist eben bundesweit Geld. Das ist also wirklich insoweit eine sehr intensive Maßnahme, die sehr intensiv in Grundrechte eingreift. Allerdings spricht eben einiges auch für die Rechtmäßigkeit. Da werden zum einen mal erstmal die Begrenzung, dass es eben nur im November gilt und danach eben vorbei ist. Also gibt es Aussicht darauf, dass sich das ändert. Zum anderen natürlich dieses Argument, jetzt handeln, weil es später eben noch viel schlimmer wird. Die Maßnahmen länger dauern müssen, die Einschränkungen stärker wären. Das könnte vielleicht auch einige Gerichte überzeugen und letztlich natürlich auch der Aspekt, dass eben hier was getan wird von staatlicher Seite, nämlich die angesprochene Entschädigung von 75 Prozent des Vorjahresmonats, also nicht des schwachen Corona-Monats von letzten Monat, sondern vom letzten Jahr. Aber ich habe es auch gerade so ein bisschen rausgehört, glaube ich, dass die Bundeskanzlerin schon so ein bisschen Sorge hat oder zumindest mitdenkt, dass Gerichte ja in den letzten Wochen sehr viele Maßnahmen kassiert haben, oder? Ja, sie hatte eben, da gab es so die Frage der Kollegin mit dem Beherbergungsverbot und da antwortete sie dann, ja, früher war das Beherbergungsverbot, da konnte man ja mit dem negativen Corona-Test dann doch mehr herbergt werden. Aber das ist ja jetzt sogar noch schlimmer. Jetzt gibt es gar keine Beherbergungsmöglichkeit mehr, also noch deutlich intensiver. Außer für Geschäftsreisende. Außer für Geschäftsreisende, genau, aber eben nicht mehr aus touristischen Zwecken. Was allerdings ein bisschen wegfällt, ist das Argument, was die Gerichte jetzt immer hatten und gesagt haben, warum denn ausgerechnet die Beherbergung, warum nicht auch dies, dies, das? Und jetzt ist einerseits ist eben vieles mehr verboten worden, sodass dieser Vergleich, dieser allgemeine Gleichheitsgrundsatz, der da angebracht wird, dass der nicht mehr so greift, weil eben viel flächendeckend da überall Kontaktbeschränkungen stattfinden. Das könnte also dazu kommen, dass viele Gerichte das durchgehen lassen. Andererseits muss man sehen, es gibt ja viele Verwaltungsgerichte in vielen verschiedenen Bundesländern, da ist durchaus wahrscheinlich, dass das ein oder andere eben verschiedene Maßnahmen wieder kippen könnte. Gut, dann stellen wir uns mal darauf ein, dass wir da in den nächsten Tagen und Wochen was davon hören werden. Wahrscheinlich, Felix, erstmal heute vielen Dank für deine Zeit. Du musst weiter zu den Kollegen, aber ich spreche gerne weiter an meiner Kollegin Nicole Diekmann. Ich fasse aber kurz nochmal kurz zusammen, was dort verkündet wurde in den letzten 20, 30 Minuten und ein Hinweis für die ZuschauerInnen auf YouTube. Wir mussten den Chat zumachen, weil es einfach zu doll wurde. Ich habe ja einmal schon angedeutet, wenn es da nicht zu einer sachlichen Diskussion kommt, sondern nur noch wild und wüst hin und her geht, dann müssen wir den ausschalten. Das haben wir leider tun müssen. Es waren auch einfach sehr viele Zuschauer. Auf Facebook sieht es ehrlich gesagt nicht viel besser aus, aber es ist noch handelbar, weil es nicht ganz so viele sind. Ich fasse mal zusammen, was dort gerade gesagt wurde. Also Frau Merkel hat vor allem darauf hingewiesen, dass das Tempo der Infektionen gerade relativ hoch ist, dass die Infektionsketten nicht mehr nachverfolgt werden können. Es gibt die Zahl von 75 Prozent der Infektionen, die nicht mehr nachverfolgt werden könnten und deswegen muss man das wiederherstellen. Das war quasi ist das Ziel, die Nachverfolgbarkeit der Kontakte wiederherzustellen und das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Deswegen gelten ab dem 2. November folgende Regeln bundesweit. Wir können da auch ganz gerne mal auf meinen Rechner schalten. Dann könnt ihr mitlesen. Da habe ich mal während der Pressekonferenz ein bisschen geschrieben. Also Beschlüsse gelten bundesweit. Aufenthalt von maximal zwei Hausständen mit zehn Personen. Ich mache es noch ein bisschen größer. So, Feiern im öffentlichen Raum und dem privaten Raum hat Bundeskanzlerin Merkel als inakzeptabel bezeichnet. Auf private Reisen soll verzichtet werden. Dann gibt es ein Quasi-Beherbergungsverbot. Übernachtungen im Inland nur noch für geschäftliche Reisen erlaubt. Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, werden untersagt. Das hat sie tatsächlich so im O-Ton gesagt. Einzelhandeln bleibt mit Auflagen offen. Schulen und Kitas sollen offen bleiben. Wir sind jetzt hier bei dem Punkt. Dann gibt es eine außerordentliche Wirtschaftshilfe. Erstattungsbetrag maximal 75 Prozent für Unternehmen bis 50 Personen. Da habe ich ein Fragezeichen gemacht. Was ist eigentlich mit Einzelunternehmen und Freiberuflern? Die mobile Heimarbeit soll ermöglicht werden. Wie? Da möchte ich immer ein Fragezeichen dahinter machen. Will die Bundesregierung das ermöglichen? Und es soll sich um vulnerable Gruppen gekümmert werden. Zum Beispiel mit Schnelltests für Heimbesucher in Altenheim. Gottesdienste wurde auch im Chat schon viel gefragt. Bleiben erlaubt. Und es soll keine Grenzkontrolle geben. So. Nicole im Hauptstadtstudio Berlin. Irgendwelche Überraschungen ist dabei? Überraschend fand ich, dass sich alle tatsächlich doch geeinigt haben. Ja, also so sah es ja eigentlich bis gegen 16, 17 Uhr heute nicht aus. Vor allem Bodo Ramelow, Ministerpräsident in Thüringen, hatte gestern gesagt, er werde den heute zu erwartenden Beschlüssen nicht zustimmen. Nun gibt es eine Protokollerklärung. Die gehört also zu diesen Beschlüssen, die da heute getroffen wurden. Da macht Thüringen auch noch mal ganz klar, dass man möchte, dass der, wie wird es hier genannt, lass mich nachsehen, eine akute nationale Gesundheitsnotlage soll vom Deutschen Bundestag festgestellt werden. Das heißt, man wünscht sich eine höhere Legitimation dafür, dass solche Beschlüsse wie heute, auch wenn die dann ja in den Ländern nochmal umgesetzt werden müssen, von den MinisterpräsidentInnen getroffen werden. Also so ganz wohl fühlt sich Thüringen mit diesem Prozedere nicht mehr. Das geht daraus klar hervor. Fordert auch eine wissenschaftliche Untermauerung der Notwendigkeit der beschlossenen Maßnahmen. Aber erst mal wurde ja auch eben nochmal auf Nachfrage von Merkel ganz klar gesagt, ist das jetzt eine bundesweite Regelung? Und danach sah es gestern nicht aus, denn zum Beispiel auch Daniel Günther, Ministerpräsident in Schleswig-Holstein, hatte sich gestern noch gegen das Runterfahren, komplette Runterfahren der Gastronomie ausgesprochen. Und das kommt ja jetzt de facto auf. So, ich muss nochmal kurz auf den Live-Chat reagieren, Nicole, bevor wir jetzt wieder nochmal zu den sachlichen Themen kommen. Hier kommt jetzt der Vorwurf von Volker Herbrand auf Facebook, wir hätten nur Angst, kritische Fragen beantworten zu müssen. Nein, Herr Herbrand, haben wir nicht. Aber wenn Sie mal einfach über sich drüber gucken, da schreibt ein User namens bionic4life etwas mit ihr wie Sternchen, Sternchen, Sternchen. Das möchte ich uns jetzt ersparen. Und wenn wir den Chat zumachen können, müssen, dann liegt das an genau solchen Kommentaren wie von bionic4life. Dann könnt ihr euch bei dem bedanken, weil sowas wollen und können wir hier nicht dulden. So, Ansage von mir. Du hast gerade schon erklärt, das Thüringer Parlament soll befragt werden. Das heißt, die haben echt nochmal die Chance, das Ganze jetzt für Thüringen zu kippen. Naja, also alle Landesparlamente haben die Chance zu kippen. Ja, es gibt das Infektionsschutzgesetz und das gibt vor, dass die Länder zuständig sind. Aber nur Thüringen hat gesagt, wir fragen auch das Parlament. Die anderen haben das jetzt nicht irgendwie angemerkt, oder? Nein, also Söder hat, wer gerade zugehört hat, hat auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nochmal sagen hören, dass der damit auch nochmal ins Landesparlament geht. Das war eine gemeine Spitze, ich habe versucht zuzuhören, aber Thema auch Kommentare gedichtet. Ich weiß, dass man im Studio, ich höre ja gerade, was da im Chat auch los ist, um Gottes Willen. Wir fangen jetzt nicht auch noch miteinander an. Nein. Nein, aber es war ja gerade zu hören, auch Markus Söder sieht das vor. Und man hat ja auch sehr oft, vor allem auch Markus Söder betont, es geht jetzt erstmal um vier Wochen. Das heißt ja, man weiß, dass man das jetzt nicht ewig so durchziehen kann und dass die Akzeptanz eben sinken kann. Und um diese Akzeptanz auch aufrecht zu erhalten, wir haben das ja vor der Pressekonferenz auch schon gesagt, die Umfragen sagen ja ganz klar, dass ein Großteil der Deutschen immer noch hinter diesen Maßnahmen steht, nicht den jetzt beschlossenen, aber den davor. Um diese Akzeptanz aufrecht zu erhalten, ist es eben auch wichtig, Parlamente einzubinden. So, ich gucke mal hier, wir haben nämlich als, bevor der Chat auf YouTube zugemacht werden musste, von uns viele Fragen gesammelt, weil die gab es natürlich auch. Eine Frage kam auch, warum wir keinen Mundschutz hier im Studio tragen, ganz einfach, weil wir dann doch den Sicherheitsabstand eingehalten haben. Wir sind hier in einer sehr großen Redaktion, wir haben eine Tür, die ihr nicht sehen könnt, die ist offen, da wird gelüftet und Nicole ist alleine im Büro, von daher müssen wir das nicht und es würde auch echt schwierig sein mit dem Ton hier. Wenn ich mal hier in unser gemeinsames Dokument gucke, was wir da haben, also zu den neuen Maßnahmen gibt es folgende Kommentare auf YouTube von WerWeiß, die Maßnahmen sind überzogen, alle unter 55 sind nicht wirklich gefährdet, warum müssen wir jungen Leute das mitmachen? Silvia Schwulera sagt, der erste Lockdown hat auch nichts gebracht, das Virus ist noch da. Ich glaube, da kann man sagen, der hat doch was gebracht, das kann man in den Kurven sehen, aber dass das Virus davon weggehen würde, war, glaube ich, auch nie Ziel und auch geht gar nicht. Dann gibt es Fragen in Richtung, wird es in Zukunft stärkere Strafen oder wird es stärker gegen Corona-Leugner vorgegangen? Dazu habe ich nichts gehört. Durchsetzung der aktuellen Regeln, Maskenpflicht wird gerade doch nirgendwo durchgesetzt, schreibt Melf 1C3. Habe ich auch nichts zugehört, Nicole, du? Stärkere Kontrollen, das ist gefallen, dass man stärker kontrollieren will. Ja, und dann geht es hier in die einzelnen Unterpunkte. Schließungen, Tourismus, Gastronomie, Arbeit, Uni, Schule, Kinder, Alte, Familienfeiern, Kirchen, Weihnachten, Sport. Also es ist ziemlich viel. Ich versuche das mal so ein ganz klein bisschen anzureißen, weil sonst, wenn wir alle Fragen beantworten, sitzen wir in zwei Stunden noch hier. Ich gehe mal hier durch. Also wir hatten vor allem, schließt der Einzelhandel? Nein, können wir sagen. Tourismus, bleiben die Grenzen offen für den internationalen Reiseverkehr auf beiden Seiten. Da hat sie gerade was noch am Ende gesagt, Frau Merkel, ne? Es wird keine Grenzkontrollen geben. Das hat sie gesagt. Da ging es vor allem um die Pendler. Aber Schleierfahndung, was ist dann damit dann gemeint genau? Schleierfahndung? Also wer zugehört hat, worum es ja eben ging, war, es gibt ja klare Ansagen darüber, was es bedeutet, in Risikogebiete zu reisen. Und genau, also man will die Pendler davon ausnehmen. Aber Tourismus ist ja jetzt eh, also wenn man jetzt alles heute zusammenfasst, diese Pressekonferenz, ist jetzt überhaupt nicht die Zeit für Tourismus. Es wird jetzt nicht verreist. Das ist jetzt auch ein großes Thema hier, was auch noch abgefragt wird. Da gucken wir mal ganz kurz raus. Reisen mit einem zweiten Wohnsitz in ein anderes Bundesland, wie verhält es sich damit? Ich habe nur gehört, oder das ist der Appell der Bundesregierung, dass man sich doch möglichst nichts bewegen soll, sondern möglichst in seinem einen Wohnort bleiben. Aber eine richtige Regelung gibt es da nicht, ne? Ne, es ist ja auch nur ein Appell. Also abgesehen von den Hotels und Pensionen und was es da gibt. Also man darf nicht mehr beherbergt werden. Ein bundesweites Beherbergungsverbot nannte das eine Kollegin eben bei der Pressekonferenz. Wenn man aus touristischen Gründen oder, das ist auch noch mal wichtig, aus nicht verzichtbaren Gründen reist. Also ich glaube, wenn ich jetzt einen nahen Familienangehörigen verliere und zur Beerdigung kreisen muss in das Bundesland, dann könnte das zum Beispiel, das wird noch interessant sein in den nächsten Wochen, aber so war es auch bisher, dann, so war es auch während des Beherbergungsverbotes, dann darf ich schon in einem Hotel unterkommen. Ansonsten gibt es eben den Appell. Die BürgerInnen sind aufgerufen, alles zu vermeiden, was zu vermeiden ist. Also 75 Prozent der Kontakte sollen reduziert werden, so sagte das eben Ministerpräsident Söder. Und das bedeutet für mein Dafürhalten, auch wenn es sich vermeiden lässt, auch nicht eine Zweitwohnung in einem anderen Bundesland zu besuchen. Es sei denn, wie gesagt, man hat eine Notlage. Eine Frage noch, dann machen wir den Livestream für heute erstmal zu. Zumindest diesen kam immer wieder. Was ist mit den Unis? Also Schulen und Kitas, haben wir gehört, sollen offen bleiben. Aber was ist mit den Universitäten und meinen Prüfungen? Wird es da irgendwie Regelungen geben? Diesbezüglich habe ich, als ich zugehört habe, nichts gehört. Du? Als ich zugehört habe, habe ich auch nichts gehört. Und ich bin auch dieses Papier durchgegangen, das jetzt rumgeschickt wurde mit den Beschlüssen. Da kommen Universitäten nicht vor. Das Thema hat man heute ganz offensichtlich nicht behandelt. Okay, dann wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass jede Uni das selber irgendwie für sich regelt. Nicole, vielen Dank bis hierhin für deine Zeit, für deine aufmerksames Zuhören während der Pressekonferenz, für deine Antworten und euch auch fürs Mitmachen, und für eure sachlichen Fragen. Die gab es ja auch zum Glück. Dass wir den Chat nochmal zumachen müssen, wird hoffentlich nicht so häufig vorkommen, aber ist halt die letzte Reißleine, die wir hier haben. Trotzdem bedanke ich mich dafür, dass ihr dabei gewesen seid und sage bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank.